Mein Name ist Gary Steele, ich bin Kantri-Sänger und das schon seit über 30 Jahren. Highlights aus meiner musikalischen Karriere wären zum Beispiel das Kantri-Fest für Weimar, die Luftwaffe in Kanada, ich habe bei den Elsböcker-Mai-Festspielen gespielt. Neben Kantri-Musik, was ich in erster Linie mache, habe ich auch ein umfangreiches Oldie-Programm aus den 50er bis 70er Jahren. Wenn Sie mich mal live rufen möchten, dann können Sie das gerne tun, wie gesagt unter www.kantrimusiker.de